Das Hotel Rambutri Viage Inn & Plaza liegt in Bangkok in Bangkok. Das Hotel Rambutri Viage Inn & Plaza ist beliebt unter den Gästen. 88% empfehlen das Hotel. Weiter, 82 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür. Mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,3 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer. Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4,1 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,1 von 6 Sonnen wert. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4 von 6 Sonnen vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.